Ein Obstfeld in der Nähe von Erbenheim. Weit ab von Feldwegen vermutet wohl niemand ein Experiment von Polizei und Frankfurter Gerichtsmedizin. Wir öffnen nach und nach die drei Gefäße, wo die Schweine drin gelagert sind. Und gucken erstmal, wie die Insektenbesiedlung überhaupt stattgefunden hat, wie der Verwesungszustand der Schweine ist. Und sammeln die Insekten dann peu à peu ein. Aha, verweste Schweine also. Aber warum? Wir untersuchen hier die Verwesung von Schweinekadavern, die als Stellvertreter für menschliche Leichen genommen werden in diesem Fall. Die in unterschiedlichen Gefäßen verpackt worden sind. An Gefäßtypen haben wir eine Mülltonne, ein sogenanntes Maischefass und einen Reisekoffer. Gefäße, die gar nicht so selten genommen werden, um Opfer von Tötungen zum Beispiel zu verstecken oder zu entsorgen. Und die Verwesung und die Besiedlung durch Insekten in solchen Gefäßen ist kaum bis gar nicht untersucht. Es gibt also da einen gewissen Wissensnotstand. Den versuchen wir zu schließen mit unseren Untersuchungen. Ja, im Fall eines Fundorts, wie zum Beispiel in der Wohnung, wenn das erste Entwicklungsstadium vorbei ist, bleiben uns oft nur Fliegen als ältestes Stadium. Und da die sich morphologisch nicht verändern, müssen wir halt versuchen, mit anderen Methoden das Alter zu bestimmen. Forensiker. Ein interessantes, aber auch sehr spezielles Berufsbild. Oder? Ich habe jetzt gedacht, dass es weiteres schlimmer ist. Und ich kenne es einfach nur von der Uni, wenn man mit Sachen arbeitet, die einen sonst ekeln, ist das aber während der Arbeit irgendwie schaltet man das aus. Das ist kein Problem. Es gab insgesamt 15 Schweine und die sind zu fünf unterschiedlichen Zeiten aus dem Gelände rausgenommen worden, um eben den zeitlichen Verlauf der Verwesung auch bildlich zu dokumentieren und zu verstehen. Also wir versuchen in diesem Experiment schon auch konkrete Fälle aufzugreifen und die entsprechend wissenschaftlich zu bearbeiten. Sollten der Polizei also zukünftig mehr Informationen bei Leichenfunden zur Verfügung stehen, haben vielleicht auch die Versuche aus dem Erbenheimer Obstein dazu beigetragen.